Ich sehe wirklich keinen Da sehe ich einen, der brennt Ich habe nicht mehr viel Munition Ich schon Ich bin im Nahkampf rum Das wollte ich doch machen Das war knapp, der hat mich umgehauen Wollte auf dich schießen Dann hast du ihn aber umgeschossen Ja Dem fehlt ein Bein Ja, es gibt Opfer unserer Schießerei, dem fehlt noch mehr Was ist passiert? Hat jemand überlebt? Mason ist hin Also wenn das Spiel durch ist, ist es wirklich bloß noch die Army of Two Weil mehr einfach nicht mehr da sind Dann ist Mason wohl tot Dann habe ich es also jetzt mit euch zu tun Verbindet eure Masken mit dieser Frequenz, dann schaffen wir das schon Das werden sie büßen Wie gesagt, wir haben schon ganz schön viele Leute verloren Aber die haben mehr verloren als wir Das werden wir Ach Äh Noch ein paar Oh, diesmal hast du locker gewonnen Na gut, ich habe ne ganze Zeit keinen mehr gesehen Oh Hallo Fiona Hier muss man auf Stixi Um euch zu meinem Unterschlupf zu holen Der Plan hat sich wohl geändert Ja, aber wenn ihr den Treffpunkt erreicht Hier hinter der Tankstelle Klingt nicht sehr pringend Musst du mal? Oh ja Ich habe eure Masken auf dem GPS Ich kann euch von hier aus führen Okay Aber Das ist echt nicht mehr viel übrig von der Tankstelle, ne? Ne, nicht wirklich Warte mal Ich möchte gerne mit meinen Scharfschützen gehen Wir werden mal einen erledigen Insofern ich mal einen sehe Machen wir Mal schauen, ob wir die Felsen hochkommen Siehst du eins? Nö In Kreis kannst du die Übungen hinhocken Dann hast du mehr Stabilität, ne? Aha Hoch Falsche Taste Hilf mir hoch, Junge Legen wir los Siehst du einen? Ne Nur einen weiteren Weg nach oben Hm Lass mich raten, den müssen wir nachher schnell wieder runter rennen Hm Wollen wir wohl noch sehen Da kommen welche Der kommt Hä? Hä? Bleib dich aus Was? Boah Hey, ich brauche Hilfe Ne Waffe, Bewegung Boah Boah Findest du mal? Wie denn, wenn ich gesprengt wurde Wie denn, wenn ich gesprengt wurde Ähm, wir sollten es anders machen Bei dir wieder überlebt Wie war es noch? Ja? Wie du auch dich schätzt? Wie du schätzt hast meine Meinung auf Bebe dich mitzuschauen? Wie war es denn? Wie war es denn? Ja? Ja, nein Ich springe ja auf den Buckel, Junge. Das ist gut. Zwei dumme Eigen-Gedanken. Einer hat getroffen. So, sieht das aus. Aaaaaah. Hier drüben, ich brauche Hilfe. Moment, kommt sofort. Lade nach. Du bist echt der Beste. Ihr müsst weiter zur Sendestation. Also mitten in die Kugeln rein. Das Kartell ist schon da. Wir räumen mal eben auf. Okay, viel Glück. Wir müssen was gegen das M-G unternehmen. Los, mit dem Truck kommen wir näher ran. Los, schieb. Du musst deinen Truck schieben. Ich würde den gerne wegsnipern. Vorsicht, da kommen welche. Wo denn? Links. Schieb noch ein bisschen nach vorne. Wo bist du denn? Das ist ja unfair. Den kann man da nicht raus-snipern. Hilfe! Genau das haben wir gebraucht. Los, wir müssen noch ein bisschen schützen. Ich würde weiter nach vorne schieben. Ooooooh! Ooooooh! Ach, das sind nur Papp- Das sind nur Papp- Das sind nur Papp-Kasten! Das ist was! Na, hier so ne... Plastikästen, jo. Sekunde! Sekunde! So, komm! Bleib hinter dem Truck! Und lass... Hilf mir doch mal beschieben! Mensch, lauf da nicht immer weg! Wir müssen das M-G einnehmen! Ja! Jeder macht den Lockvogel! Der andere flankiert und schaltet den Schützen aus! Okay! Hey! Puff! So, ich hab das Feuer weit auf mich gezogen! Meine Fresse! Hinter so ne kleine Kiste sind vier Mann! Und das M-G bleibt mal weg! Flankier das M-M-G! Flankier das M-M-G! Muss erst mal gucken, wo das überhaupt ist! Das große Ding, das schießt! Jetzt schießt er auf mir! Nee! Oder? Jetzt schießt er wieder auf dich! Hä? Dann schießt er auf mich! Hinter uns schießt noch! Schießt noch! Schießt noch! Ja! Aber gerade so! Ja! Aber gerade so! Das war hern schön unfair was der da gemacht hat! Das! Sanitär! Schnell! Na dieses Overkill zu aktivieren, ich bin da mitten in dem feindlichen rein! Ja, der ist auch dumm! sei nicht rechtzeitig geschafft wir hätten mit dem mit dem schlag weiter nach vorne schieben sollen du bist einfach losgerannt es war ganz gut nur ich wollte zurückkommen da hast du das olle overkill da aktiviert wie zurückkommend ich war nach wie gesagt du bist einfach von dem truck weg bleib doch mal in dem truck na und dann den können wir nach vorne schieben den truck ja habe ich gesehen aber so ging es doch auch ich habe das olle mg ausgeschalten so stopp reicht jetzt du nach links ich halte das mg-feuer bei mir wir müssen das mg einnehmen einer macht den lockvogel der andere flankiert und schaltet den schützen aus das olle mg hat ganz schön druck hinter der schusswinkel reicht noch nicht ich muss dann mal die stellung weg sind moment bin gleich bin gleich in schussreichweite ich bin hier im gras ich sehe nisch ich sehe nisch ich muss zurück so bewegt mich von links auf die mg stellung auf der rote das ist das die 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 das ist die 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 Ich hab noch okay Ja, hoch, zeig ich nur Na ha Leicht, bringt euch da Getrafen Achtung, keine Ahnung Ah, shit Die schießen mich tot, wenn ich da in den Dings bin Wo warst denn du? Ich bin von links, von der anderen Seite, den Berg hoch Hab ich doch gesagt Du schleichst da ja n schön hoch Äh, ja Bei 30.000 Leuten, die auf mich schießen Muss ich auch nicht unbedingt ins Feuer laufen Ah Wenigens haben wir das MG diesmal Relativ souverän ausgeschaltet Ich muss diesmal andersrum gehen Von der Seite seh ich die zu schlecht Ihr müsst weiter zur Sendestation Das Kartell ist schon da, wir räumen mal eben auf Okay, fegelig Wir müssen was gegen das MG unternehmen So, stopp Das war eine gute Position hier Das war eine gute Position hier Ah, scheiße Meine letzte Granate vorbraten Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin